Die Beta-Blocker-Insolvenz. So blocken Sie den gerichtlichen Insolvenzantrag gegen Sie zuverlässig ab. Existenzvernichtung vom Amts wegen ist voll in Mode. Immer öfter werden zum Beispiel Ein-Personen-Unternehmen von gerichtlichen Insolvenzanträgen heimgesucht. Was tun? Noch ist nicht aller Tage Abend. In der nun folgenden Prüfungsphase können Sie durch geschickte Strategien und taktische Manöver diesen teuflischen Angriff zuverlässig ablocken. Das Hauptverfahren wird dann erst gar nicht eröffnet und Sie bleiben völlig ungeschoren. Dieses deutschlandweit einmalige Abwehrwissen basiert auf authentischen Fällen und funktioniert hundertprozentig. Nur Mut. Sie werden Sieger sein. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher